Mahlzeit. Heute kommen wir zu Türchen Nummer 15 von unserem schönen Chili Adventskalender. Wo haben wir die 15? Ah, da haben wir sie. Niko Saus. Okay. Schärfe Stufe Level 7. Was haben wir hier drin? Wasser, Essig, 12% Buccioluca Chili, Zucker, Salz, geriebene Orangenschale, Ingwer, Kakao, Fertigungsmittel, Gorakamehl. Schärfe Stufe 7. Heute mit. Also, diese. Soße. Also, diese. Eine Million Skowel. Dann sag ich mal, guten Appetit. Soße. Oh, schön feurig. Oh, schön. Oh. 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 Mein Gaumen brennt. Meine Zunge brennt. gutes Zeichen Schäferstuhl 7 ist okay mein Gaumen brennt meine Zunge brennt ich würde sagen das war sie die Nikosauce Chilisauce Schärfestufe Nummer 7 von den Narben her hätte die bei Türchen 6 sein müssen dann hätte es gepasst meine Zunge brennt immer noch nein dann würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder